Dann haut rein! Ich bin schon lange drin. Moment mal! Frederikoooooo! Leute, haupt doch mal, wir haben auch Feine vor, als noch in der... Ja, ja! Feine! Ja, Feine ist ein Shapeshifter. Warum machst du diese komische Werbung nach? Scheiße, keine Ahnung! Die Text-Every-Show, genau! Ach, ein Biegel! Was? Na, 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 na. Ihr mögt die Ecke doch alle. Ach, die guten Einzelnen. Da sind fünf Haare am Team. Puss! Da ist auch die Hilfe. Entschuldigung. Das war der Beat. Ja. Los, Gun, gib dir den Beat. Komm mal. Oh, find dir aber auch Stahl. Ich hab Arsch. Ich hab Karma. Ach du, Heiland. Gib mir Xerath, ich will nicht Arsch. Ich will, nein! Oh, warte mal! Doch, ich will Gangplank haben, warte doch. Mach nochmal. Ach, kein Quatsch. Ich kann nämlich nicht mehr reronen, ich wollte nicht unbedingt Gangplank haben. Ich mag keinen von euch tauschen. Ich mag keinen Ahnung, wie der ist. Wer hat Arthrox? Hm? Ich brauch keinen Arthrox. Wer braucht schon Arthrox, wenn man Schwerk hat? Nein, ich bin geil. Die gehört auf meiner Pallo. Ich glaub, ich bin im falschen Film. Ich glaubst du. In Wirklichkeit hab ich nur die falschen Tickets benutzt. Für was? Für das Kino. Für Frederico. Weißt du, falscher Film und so, schlechter Wort willst, hallo? Ah, ich verstehe jetzt wirklich nicht. Ja, aber den muss man nicht verstehen. Okay, dann verstehe ich dich. Dann hab ich ja gleich feeden. Was mach er? Understand my bad jokes or I go feed. Ist ja lustig wüt, Wort 4. Ich kann auch nebenbei Rayman auf dem Gabs, hab ich mitbekommen. Und nebenbei Pokémon auf dem Gabs. Ja, Pokémon ist ja auf dem DS. Ich hab nebenbei nichts auf dem Gabs und das wäre auch nicht aufgefallen. Und Mama habe ich auch nebenbei auf, ey. Ja, ich auch. Voll krank. Hey, ich hab'n... Eigentlich könnte ich jetzt nebenbei Rayman noch spielen. Nein. Doch, warum nicht? Warum nicht? Weil soweit ich tot bin, spiel ich Rayman. Ja, aber solange bist du noch nicht tot. So, ja. Lässt dich schon irgendwie anricht. Max hat einen geheimen Plan. Ja. Sind wir ein Multitasking? Ja. Multi-what? Lightning Bolt! Wait a minute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, aber noch eine Frage, Skull. Ja. Woher... Woher kommt eigentlich Rufus, genau? Er ist doch eigentlich... Wieso, er war doch... Er war doch ein Haldenbaby. Er ist ein Haldenbaby. Er ist Rufus. Er ist Rufus. Ja. Was ist ein Haldenbaby? Äh... Ach so, ja klar. Ein Haldenbaby von der Müllhalde. Ja. Ja, da ist er drin. Ja, da war doch... Ja, da war doch... Guck mal, da war doch... Bei den Champion-Bildern, unten sieht das aus, als wenn Janna und Ori eine Händchen halten. Ohhhh... Oh, wie süß. Oh, geil. Oder vielleicht haben sie ihre Hände abgehackt und halten die blutenden Stimme gegeneinander. Rufus war doch Prototyp R. Jaaa. Skull. Bitte? Rufus war doch Prototyp R. Stimmt. Und, warum fragst du mich dann, woher er herkommt, wenn du's weißt? Nee, ja, woher kommen die Daten von ihm? Ist das Sequel wirklich sein Vater an sich? Na ja, was? Hä? Hushpater! Ja, irgendwoher müssen doch die Original-Gene kommen, oder nicht? Ja, was weiß ich, hat Hermes Schweine reingemacht. Ich weiß, ich würd's halt gern wissen. Sieht sich aus wie das Rufus-Wiki, oder? Ja, ist halt doch spannend, irgendwie, die ganze... Ja, ist ja auch okay. Ja, und da stehst du irgendwas drinne. Ich weiß, aber ich würd jetzt kontern. Hier steht auch irgendwas drinne. Ah, ich bin auseinander gefallen! Da ist eine Rufus-Klon gestorben, das ist... Ich liebe dich! Ist jetzt der dritte Teil schon draus? Ja, wir haben schon durchgespielt. Bis Ende verraten! Er schafft es rein! Nein! Dieses Ding wird in die Luft gejagt! Nein! Er wird schwul! Get fucked! So halb! Really? Er liebt sich selber! Er klont sich doch! Was? So ein bisschen! Wut? Ich wusste nicht, dass das eine Möglichkeit ist! Wie sagt er? Okay, sie nehmen wir ganz oder gar nicht? Würde ich auch sein! Ja, sie haben auch dreimal geklont... Also zweimal geklont halt! EG Jenna! Darf ich nehmen wir mal das Let's Play dazu an! Better walk in there! Verreiche ich nicht mal das Ende! Aber das ist echt ein geniales Spiel! I got it! Oh! Warte mal, ein Baby-Fone-Click! Das ist schon geil! ... ... ... ... ... ... Ha-ha-raben! So wie dein Knightley? So wie du gerade bei den Rotation? Ja, ja, ich bin immer noch mit meinem Spiel! Wer hat denn bitte auf Level 30 einen Knightley? Ich! Äh, ne, weil bei dem Sonderhalts Democrats haben wir das noch nicht... Aber wir haben noch Level 30! Echt. Ich lebe 30? Ja. Echt? Ich, Sonja. Final. Ich! Achso, Final. Achso. Also, mein Smurf. Achso, ja. Ich dachte, ich spiele mit zwei Leveln unter 30. Das ist auch nicht irgendein Smurf, das ist halt Final Smurf. Jaja. Der eigentlich, äh, ein Smurf funktioniert. Du bist mir denn der? Hör auf! Weil dein Main Account ist nicht auch ein Smurf, das ist ja das Lüftige an der ganzen Geschichte. Oh Gott. Oh Gott. Die Jena! Okay, GO! Würde ich sagen. Dammit. Final, du bist so ein Troddl. GG. Ich meine, Skull. Ein Troddl mit First Blood Guaranty. Haha. Skull, jump in there again, that looked funny. Alrighty. Oh, 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 oh. Diese Schmerz. Diese Schmerz. Die Spare ist... ... ... ... ... ... ... Die wollen ja auch einfach drin stehen bleiben, ey. Ich meine, noch macht das nicht so viel Schaden, das geht doch. Aber wenn ich wiederkomme und die immer noch so dumm sind... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ohne überhaupt irgendwas zu predikten einfach mal random die Sperre reinhauen Ja ich bin Mark, ich beschwer mich über andere oh mein Gott Danke NP Bro Ich wurde getroffen mit Danger Jetzt brauch ich Mana Warte mal Mana Nein Mein Mana Leave Mats alone Wow Oh langsam mach ich Schaden Oh Dieser unendlichen Schmerz Na, also klar Das ist nicht so schlimm Meins, meins Final Ich weiß gar nicht welche Probleme ihr habt Haha, ist das auch ein Problem Döne Probleme haben wir Oh guck mal da gerade Wer hat immer das gesagt halt Halt die Phrase Hehehe Oh Mann Oh Dammit Ja Hey, er hat mich angekotzt Well, flow me down Fulfill me timbers Halt Halt G NICHT Wurr Halt Ich bin nicht mehr allein, please! Diese... von deinem Rahmen! Worth it! Genau! You better run, Pool! Echt wahr? Echt, das fühlt sich an, als wenn hier ein Level-Reiniger-Team gegen ein Level-1-Team spielt! Ne, Level-1 nicht ganz! Vielleicht Level-2 Problem, das ist doch gut! Ich mach aber keinen Spaß! Ich hab kein Passiv! Das sollte ich nicht tun! Ich mach die Vorarbeit! Mit tollen Eisfeilen da, ja? Ich hab aber hier Ulti gemacht! Oh mein Gott! Jaaaa... Aber ich auch nochmal! Alter, wir haben noch alle Barriers! Hast du gesehen? Okay, du kannst nachher nochmal anschauen! Oh! Ich leb noch! Worst für die EU! Oh, Sonja! Oh Gott! Oh ne! Was war das denn für'n Piddle-Uldi, ey! Ich hab' ich halt gleich weggeburstet in Desperation! Alter, der cooler Typ! Da kommt mal Uldi, dammit! Ohhhh! Mich halt zu erwischen, Leute! Was für eine Enttäuschung! Ah, nicht vorhersehbar! Kommen wir jetzt in Mahnung, ey! Ohne Scheiß! Das brauchen wir! Ich bin so enttäuscht... ... von mir! Alter, ich bin immer enttäuscht von mir! Ich liebe dich, Mats! Ich liebe dich auch, Mats! Bitteschön, Piddle-Uldi! Jungs! Bitteschön, Piddle-Uldi! Jungs, bin ich Taube! Ne, das war ja keine Bittaube! Nein! Aha! Jetzt ist das ja für mich! Los Männer! Und Frauen! Einfach ganz, was ich halt von Ratel! Der wird immer weg... abgeworfen von so'n Scheiße! Der zieht Vögel an! Lol! Ich hab' wieder Ult! Geht keiner in meinen Busch rein! Darf ich in den Busch rein? Blablablablabla! Okay, der Kill ist am One! Okay! Ich würde eigentlich ganz gerne erstmal meine Passive ein bisschen aufladen bevor ich rein-dive! Damage! Oh! Geht die weg von mir! Ja, 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 ja! Nein! Oh! War Flash? Yes! No! Yes! You Bastard! Na, Nindy! Da war nischt! Doch! Just kidding! Just kidding! So, meine Ulti ein bisschen aufladen bevor ich rein-dive! Ah! 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 Siehst du? Ja, wir sind nicht bald um zu ran! Wuh! Yes! Das wollte ich! 5 HP heilen! Ja! Ah! Nein! Ja, mach' mal! Ja, wird Zeit, dass wir alle einmal abkacken und mit Bitten in der 4 wiederkommen! Ja, dann würde ich sagen, nochmal einmal Gau! Okay! Nein! 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 Ja, jetzt ist gerade ein schlechter Zeitpunkt! Warte, ich bin leider wieder da! Okay, wir springen auf 3! 3! Yay! Okay! Hey! Ich hab noch nichts zu Ende gezählt! Sorry, ich kann nicht fehlen! Ah! Ah! Wir springen auf 3! Das wird mit 3 angefangen, Ali! Nummer 0! Das war völlig legitim, was er gemacht hat! Verdammt! My evil plan! Nein! Naja! Oh! Oh! Boatschbill! Da komm' ich genau rechtzeitig! No! You died! Ich wollt' noch mal'n Q-Spell machen! Und dann erholte ich'n Kill! Yay! Guck mich an! Ich hab' einen Skin! Ich hab' keinen Skin! Na du nicht! Wir reden von dir! Mein Spef! Du hast keine Freunde! Boah! Hey! Boah! Der war echt hart! Du hast vieles, was man sagen kann! Ich bin dein böses Mädchen! Joah! Ich war echt evil, du! Gott, noch sein Pop-Culture-Aufpack! Hi! Hier kommt der Mighty Pirate! Oh! 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 The secrets of magic are mine alone! Bitch! What?! Ich hab' in die Falle gesprungen! Oh! Oh! Ich will nicht! Ich will doch gar nicht! Aua! Ich bin gescheitert! Wer hat diesen Traum wieder zu mir gebracht! Leute! Pau! Gut gemacht! Oh! Oh! Da wollt' ich nicht hin! Doch, wollt' ich! Aua! Na ja! Ich bin im Oriana-Ball gedodged! Irgendwo! Ah! Ah! Was war denn das? Damit konnte keiner rechnen! Wirklich nicht! Ah! Der Rabe! Der alte Knabe! Rabendor! Ah! Der Rabe! Der alte Knabe! Ah! Der war echt schon! Alter! Alter! Oh! 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 I catch that! Wer kommt mal denn? Hä? Sterben! Loll! Loll! Der will! Der will! Der will! Der will! Der will! Der will nur sterben! Hat doch nicht! Loll! Woll ich gar nicht! Die sind einfach echt geil! Jaaa! Ist okay! Es ist aber so! Jaja! Ist okay! Willst du ihn doch von mir werden? Au! Irgendwie so ein Spruch wie... Die könnte sogar... Ich besiegen oder sowas! Wir können sogar... Warum? Warte Moment! Ich bricht! Wwer du sass! Ich find's was du getan hast médico! Wirklich... Fieser! Spünüz… Oh mein Gott! Sp Elekt adrenaline! Sp**cher Fies 코�dala! Oh denn1! Uhh irgendjemand wer dahinten betet darum... Orianna betet darum... Oh leoi... Oh leoi! Das ist schlecht, würde ich sagen... Uh ja! Wieso hast du mit meinen Gender-Skill gesteilt? Was war denn das jetzt? Das war überscheißvoll! Nein, ich bin da weiter! Du lebst! Komm, du schaffst das! Ich glaub an dich! Ich glaub an dich! Wirklich, ich glaub an dich! Nein, nein, nein! Oder du frisst den Speer natürlich! Ich glaub an dich doch immer noch! Jetzt glaub ich nicht mehr an dich, aber jetzt mal... Chancen stehen gut, dass wir doch wieder an dich glauben! Komm, Marc! Komm, so schlimm bin ich nicht! Nein, aber ich wollte... Die anderen mit denen ich mitspiele, dessen mich nicht so! Ja, aber es glaubt kein Spaß macht, dass es nicht gegenseitig ist, oder? Ich meine, ich hasse dich, Marc! Okay! Okay! Kill it! Kill it with fire up! Das fühlt mir hier jetzt ein bisschen zu brutal und ghetto-mäßig. Oh mein Gott, Oriulti! Hitting two people! Daneben! At the same time! Daneben! No worries! No worries! Just no! He he! Oh! Here, catch this! I need a life! Catch this! Still alive! Still alive! Aber das war geplant! Das war auch geplant! Das war auch geplant! Good job! Thanks! Nein! Ihr seid mit mir bei mir! Ahahahahaha! Ahahahahaha! Guck ma! Ahha! 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 Die gehört mir! Die gehört mir alleine! Marc! Flash gleich wieder rein und stirbt, oder so! Ahha! Neiii! Oh! Sehen das erste Mal glaub ich, dass den Geht gut getotcht! Wooo! Ich kann's nicht! Yeayyy! Good job Skull Was haben wir in Joom? Was? So und jetzt tötet ihr sie, ihr tötet sie doch oder? Ich hab ihn! Bin ich tot? Ich bin enttäuscht Go Freddy! Was? Was? Ja mach doch mal was Ich kack doch nur noch ab jetzt Und dann gönne ich mir noch mal Leid No No Was war das jetzt? Das ist ganz schlecht Das ist ganz schlecht Miss an Accomplished I got fiddle still Jetzt verlieren wir den Tauern So weit kommts doch Nein, 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 nein Du hast geil Nein! Einfach alle auch noch, oh man Good job Buds Why don't you listen to me? Why don't you listen to me? Why don't you listen to me? Ahhhh Ahhhh Nooo Goodbye Dana Goodbye Bis next Oh guck mal guck mal Wuhu Wuhu Aha Taking hits all the time Taking hits all the time Will auch hits kriegen, wartet auf mich Ich will laufen vor der ganze Zeit hinter Skull 10 Sekunden gank dein Goldie Und das hältst du für eine gute Idee Haha Glauben ich meine Spiele frisst Stimmt Ist Plan OUЧ Boom Äh warte Boom Geht er nicht Ich werd trotzdem gefurrt Werd gefokust Aua Warum kommt der Raum noch zu mir? My ass! No! No! Geht ohne mich weiter, Leute! Kommt, es ist nur Jenna! Okay, okay! Ich war auch grad sarkig. What the fuck are you doing? Schilder! Better run! Das ist AP, Jenna, zu meiner Verteidigung. Nein! Alter, schleppst das Ding doch zu mir! Du bist ja wie ein Nigger mit Aids! Wow! Charmant und schwarz! That's totally what I meant! Schade, dass wir hier nicht unseren Kotenschwarzen bei unserer Gruppe hier haben, irgendwie. Wir bräuchten wirklich einen! Wir bräuchten so eine Anti-Michael-Jackson-Operation. Und wir bräuchten noch einen Mr. Chao! Ich dachte früher, dass Sarah schwarz wäre, aber... Also ein Chinese. Oder sowas. Ich glaub, ich bin der einzige der weißen, wenn ich meine. Ich schwarz wäre. Jetzt, fuck's, geil! Oh, ich bin jetzt. Egal, nehmen wir mal. Nichts hat mich getroffen, wenn wir den Drain AFK da vorne gestanden haben. Oh, loll. Oh Gott, der Aschild. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wow! LoL! Nein! Nein! Wuuu! You horse! So many shields! Wuuu! Ich will noch mehr! Lomma, nochmal! Lomma, nochmal! Mach Panther! Ja, mach'n Panther! Oh, du bist so... Du bist so blöd! Tut mir leid, ich hab grad'n Typical gemacht. Du bist trotzdem scheiße! Wie wir hier verkackt haben. Nur weil du Lucky in den anderen Busch gelaufen bist, weil er grad rüber gejumpt ist. Ich fand das irgendwie lustig, das war irgendwie... Alter, wir noopen mich grad wieder voll ab. Wir noopen überhaupt nicht mehr voll ab. Also, man muss dazu sagen, dass die irgendwie ziemlich das Poke-Team haben. Und da wir jetzt n'n Gangclang haben, der das Spiel nicht richtig beherrscht und... Alter! Ha? Das ist alles gar nicht so einfach. Du beherrschst das Spiel nicht richtig! Nein, du! Nein, du! Guck mal! Guck mal, BAM! BAM, okay. Schilderfassend. Obwohl du baust es gerade. Immerhin baust du ein Static Shift. Ja. Du bist nicht ganz auf den Kopf gefällt. Nicht ganz so, ne. Nee. 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 Eat shit. YouTube. Ich mein die. Alter, hier fliegt einfach so viel durch die Gegend. Ja, das ist überhaupt nicht Deutschschippel. Ja, die haben halt einfach hartes Punk-Team. Wir müssen einfach mal rein gehen. Skull, geh rein. Skull, wo ist unser Tank? Echt mal. Der ist in der Aufbauphase. Hehehe. Hehehe. I'm charging my laser! Okay, der Busch ist frei, da geh ich mal rein. Oh. Sehr frei. Nevermind. Du frei nicht. Du frei nicht. Leu, leu! 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 Ash-Ulti! 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 Ash-Gereicht! Und geil! Ja, Ash-Ulti! Ash-Ulti! Ulti einfach! Ulti einfach! Ja, Ulti einfach! Irgendjemand! Den ersten, den du siehst! Los, Ulti! Geht doch! Da! Zwei Stück und jetzt wär zu weit weg! Du hast nichts gebracht! Das war super! Ich wär zurückgepusht von so'n Jenner-Ulti und so! Also war ich scheiße, wenn ich ehrlich bin! Hehehehe! Toaah, tot! Was machst du denn wieder, Sonja? Hehehehe! Hehehehe! Immer diese schlechten Initiates! Hehehehe! Ehrlich gesagt, da hat sich immer noch auf'n Aatrox Initiator! Ja, das hat auch so toll geklappt, weil Ash-Arrow und dann Slow getroffen und dann Jenner-Ulti! Ja, dann bin ich schon wieder auf Null! Deswegen war ich halt noch mitten in dem Fiddle drin, der mich einfach totgewreckt hat! Ich hab doch gesagt! Ihr müsst ja ran! Wir waren nah genug dran! Es hat nicht fast geklappt! Bin ja auch rangekommen! Also ich war dran! Wenn ich Jenner-Ulti gewesen wär! Floi! Hat der echt nicht getroffen? Ich? Ich! Ich! Ah! I'm too tanky! Yeah, no problem! Bitch! Still alive! Endy, endy! Neee! Ich! Töte mich einfach! Töte mich einfach! Ich hab's gemacht! Seid ihr dran! Ob er doch nicht tot! So lebt ihr noch! Ich spring doch nicht! Ich bin doch nicht bescheuert! Oh mein Gott! Ich bin gestorben! Oh mein Gott! Das war ich! Das war ich! Das war ich! Das war ich! Nein! Du musst doch gar nicht treffen! Oh mein Gott! Weißt du? Das hat bestimmt einer von euch mal gelesen! Mit dem Prediktion und Prediktion, dass der Gegner sich nicht bewegt und sowas! So guys guys guys! It's our turn now! So... Ulti! Ulti! Weg! 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 Lass Viertel doch machen! Drauf! Geschissen! Boom! OAH! Wo sind die anderen überhaupt! Die machen Minions! Das ist Wahnsinn! Das meine ich ja damit! Alter, ich hab ja gerade mit hinten jetzt getötet. Ich hab mich auch heute angegriffen. Ich auch, ich bin hinterher gerannt und alle anderen haben gesagt, ich mach mal ein bisschen kalt. Ich kann mein Ulti nicht einsetzen, ich kann sie erst in 11 Sekunden ansetzen. Ach, du kannst nur Ulti einsetzen. Gut, dass du da herrschst. Du kannst nicht helfen können von hinten. So many. Brav. Skull, you first. Ali, bist du schon bald so tanky, dass du tanken kannst? Oder bist du weiterhin der Backlight-Typ, der irgendwann reinwirft? Oh, immer mecker, mecker, ich bin raus. Mecker, 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 warum greift keiner an? Das ist der Unterschied zwischen Platin und Bronz, man. Was wär's Bronz? Das ist der Unterschied zwischen Platin und Bronz, man. Wenn man meckern kann. Aber Ali ist auch Platin, das ist voll ironisch. Deswegen sagt Ali auch nicht. Du lebst doch, Fein. Und du lebst immer noch. Weißt warum? Oh, der Fein, oh Gott, der Error. Das gibt es doch nicht. So bewegt ihr euch immer. Bleibt mal stehen, Leute, ich treff' dich. Also ich hab jetzt immer noch meine Passive, ich bin immer noch... Ah, jetzt bin ich tot. Wegenwustige Vögel, um in die Shades zu bekommen. Trotzdem, ihr macht da hinten Minions! Was? Ich war eben gerade drinne und hab meine Passive gepoppt. Ja, aber es ist sehr viel. Ja, siehst du? Bringt gar nichts. Ich renne wieder weg. Ja. Klepper, klepper. Adi, jetzt machst du wenigstens richtig. Komm, komm zu mir, komm zu mir. Ich hab das gerade Auslaufen erfunden. Let's go! Super Power Final! Oh, lol! Das war echt immer... Oh, lol! Ich bin gefeiert und ich bin hochgeschwärrt! Und jetzt noch drei! Oh, Mann! Dieser Scheiße! Sie kriegen keinen Tower dafür. Jetzt ist erst mal Mats wieder da, der stirbt jetzt erst mal ne Runde. Oh! Good day to you, Sir! Oh, mein Gott! 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 Sonja, mach was, komm! Gerade, bis Sonja ein bisschen damage macht, damit ich den Kill zu machen kann, oder Mats? So, Mats, jetzt bist du aber auch im Zugzwang geladen, und du musst auch was machen. Judo, ich will noch ein Kill! Ich muss erst wieder sterben dafür! Ja, denn... Ich muss erst wieder sterben dafür! Better pick up, get help, Big! Nein, warte, die killen die Minions nicht? Nee, ich kann mich sogar hochhalten. Ja, dann fick das nächste auch noch ab! Und das nächste auch noch! Okay! Huh! Okay, and it's gone! Super Final is on his way! Maul! Mauli Mauli! Oh, die war knapp, Digge! Die waren eh drücken! Was gibt's denn? Hätt fast getroffen! Oh, Mann! Ich würd sagen, wir sind auf nem guten Quartz hier! Mal schaust, das sieht die Sheriff ins Haus! Ich hab mal wieder die geilsten Sachen raus! Ich will eh drücken und ich drücke! Nichts! Jetzt! Oh nein! Ich hab gerade gar keinen Ulti, was ich auch hier in die Fresse knallen könnte! Ah, nice! Okay, okay, okay! Wieso gehen wir jetzt rein? Weil ich gefiert bin! Weil das total in Ordnung ist! No, Ali! Ich lass mich nicht sterben! Danke! Okay! Bitte! Und währenddessen mach ich einfach mal drei Kills oder so! Wenn man double kill! So, ich hab's over the initiate! Ja, ja, ja! Ich seh schon! Huh! Oh, das war... Oh Gott! Willst du auch irgendwann mal... Ali, ich will dich nicht sterben lassen! Aber... Das muss leider! Man kann's nicht verhälten! Sonja, du läufst jetzt einfach weiter! Ja, ja, ja! Ich weiß! Ich kann das! Ja, ja! Oh, schade! Ach, brav nur! Aber du hast ziemlich gerailt! Mir nicht! Da haben wir jetzt getötet, ne? Da wurden wir so heiß gemacht! Doch, ich hab zwei Leute getötet! Ja, nochmal weg! Ich weiß, League of Legends is about kills! Nein! Und was sagt deine Assists Final? Nein! Meine Assists sagen 14! Meine sagen 19! Und was sagt das über dich aus? Äh, I'm awesome! Ich warte ihm noch 30 Gold! Du wirst erkennen! Jetzt rennst du weg! Nein, ich bin doch unter der Base! Ich warte nicht mal! Ich kann mir das sogar... Ali, wenn du irgendwann mal einen Q-Spell treffen könntest! Das wäre echt awesome! Weißt du? Minimapert irgendwo ausmachen! So! Genau, so! Und so! Die Siddler hat wenigstens zumindest getroffen! Oder der! Der hat... Der ist bei der alles getroffen! Wack! Wack! Wacken? Wacken! Wacken ist sowohl du sperst! Fiddle! Denner! Denner! Ist mir auch egal, wie wir töten! Ja! Ja! Wie holt! Und so! Ja! Guys! Ja! Nein! Ich habe einen Aatrox! Das habe einfach alles kaputt gemacht! Warte auf! Gangplank! Ich glaube, der Gangplank war doch gleich dabei! Ich war tot! Ich war tot! Ah! Der Rao trifft doch nur uns! Die Minions stehen hier rum und sind voll AP! Nein! Alter, lass das mal mit dem Scheiß hier! Ja! Oh Gott! Und was?! Ich bin voll reingelaufen! Na los! Poked! Meine Minions! Au! Nicht mich! So, ich habe wieder ult! Okay! Ich bin in den Busch, Jungs! Und... Oh shit! Shit is going down! Ja! Was findet denn? Liegt sich erstmal einen Minion? Dann habe ich es jetzt! Okay, accurate 2 Spell! Nice one, Ravno! Wow, du lebst doch gar nicht! Ich bin halt ein bisschen smarter als Nightly! Cool! Nice one, Fidel! Kann nicht! So, weißt du? Der nächste Schritt ist bei denen in den Base Hall zu laufen! Okay! Ei, ei! Oder wir finishen! Ja, lass das mal finishen! Ich habe keinen Bock nochmal, nur... Wir pimmeln Mia eigentlich die ganze Zeit nur hin und her mit... Obwohl, Fiddle hat ein Ulti, ne? Aber ich glaube... Wir sind so langsam! Dann sind die alle... Wir haben doch mal gewonnen! Mit Sonya! Jaaa! Wir haben gewonnen! Yay! Ihr wird doch bald fight! Nach 3 Matches, jo! Victory! Victory!